Ich möchte als Frau ein Zeichen setzen, dass die Frauen sich nicht ducken sollen, sondern sich erheben sollen und selbstbewusst sein sollen, für ihre Werte einzustehen. Und es ist auch ein Aufsteiger dafür, dass ich mich nicht maßregeln lasse als Frau, was ich zu tun und lassen habe, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit ist, die wir uns in 50 Jahren erarbeitet haben durch emanzipierte Frauen, und dass ich das leben kann, was ich möchte als Frau in Freiheit und dafür stehe ich heute hier.